Hallo, mein Name ist Stefanie Beil. In unserer Jugendhilfeeinrichtung unterstützen wir unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Das gefällt mir hier sehr gut, weil hier gibt es 40 Jugendliche und dann habe ich auch mehr Freunde hier. Das macht mir Spaß. Dank der über 40.000 Euro der Deutschen Fernsehlotterie konnten wir uns eine Großküche und Mobiliar für unsere Flüchtlingsunterkunft kaufen. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen für die Wochengewinner und die Hauptziehung. Mit den folgenden Endziffern haben Sie gewonnen. 773 031. 187 Gewinner erhalten 500 Euro. 17 Gewinner erhalten 42.091 Euro. Und ein Gewinner bekommt eine Million Euro. Eine Sofortrente von bis zu 5.000 Euro monatlich gewinnt das Los mit den Endziffern 60 05 943. Und jetzt kommen wir zu den Gewinnern der Wochenziehung. Maritim entspannen und zu zweit erholsame Stunden in Warnemünde an der Ostsee genießen. Eine einwöchige Reise in die Yachthafenresidenz Hohe Düne gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 30 62 390. Einen VW Golf Trendline gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 52 43 525. Genießen Sie entspannende Momente im Fünf-Sterne-Hotel Dollenberg. Eine Wellnesswoche für zwei Personen in der Ortenau im Schwarzwald gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 81 46 072. Einen VW Polo Trendline gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 42 37 562. Und 100.000 Euro gewinnt das Los mit den Endziffern 28 40 961. Und kurz vor der Tagesschau geht's weiter. Vielen Dank für's Wichteln! Untertitelung des ZDF für funk, 2017